die lektion google und locken kommt ja bekanntlich aus los angeles und aus san francisco also von der west coast der vereinigten staaten es gibt in new york aber auch eine menge tänzer und die haben auch den ganzen style so ein bisschen beeinflusst bevor das alles nach europa kommt wer hat euch denn am meisten beeinflusst taco eigentlich die ganzen leute aus l.a. gar nichts new york style wiggles fable oder so wiggles fable auch aber eher l.a. jetzt gotti der kommt gerade von der zulu anniversary aus new york da ging bestimmt auch eine menge ab wie sah es denn aus mit den new yorkern also unter umständen war es ein bisschen schwer mit dem tanzen aber die leute die da waren dann ziemlich fett ich möchte mal respekt geben rocksteady bam bam quickstep und anita also die leute die da waren die haben wirklich geworfen das haus kaputt gemacht dadurch dass auf der zulu anniversary non happy auslag und die meisten bräker nichts machen konnten hatte ich gedacht das geht da boogie mäßig ein bisschen mehr ab eine freunde von mir war in new york das war vor der zulu anniversary hat mit svs ein paar aufnahmen gemacht auf der straße mit dem breeze team mit den united street artists und mit tick und tag und das sehen wir jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020